Ich bin Ramona, ich habe Tätowierungen. Was das bedeutet, lass dir von der Vergangenheit nicht das Leben diktieren, aber lass dir für die Zukunft ein guter Ratgeber sein. Hier habe ich meine Familie, das ist für meinen Bruder und meine Mutter. Dann habe ich das hier am Bein, das ist auch ein Lebensmotto. Es geht darum, die Moments, die Memories, die Pain und die Happiness. Meine Palmen, die Verbindung mit Dubai, weil ich ein mega Dubai-Lover bin. Und Palmen stehen für Dubai.